Die Frage, wie haben denn deine Führungskräfte reagiert, die manchmal deutschen weißen Männer? Fühlen die sich benachteiligt oder konnten die das annehmen, was wir in dem Workshop diskutiert haben? Mhm, also ja, diese Bedenken, genau die hatte ich auch. Einige von denen sind noch nicht erschienen, die kommen aber noch auf meiner Liste im nächsten Workshop dran. Die Resonanz war, wir hatten ungefähr 70 Prozent, 75 Prozent aller Führungskräfte in den Führungskräfte-Sensibilisierungsworkshops, was als Auftaktveranstaltung eine sehr gute Quote war. Und die Beteiligung und auch danach das Feedback war überraschend gut, indem ich nämlich keine Kritik bekommen habe, neutral. Also die Leute, die da waren, waren auch dabei. Also die haben aktiv und auch mit einer Neugierde an Workshops teilgenommen, was ich auch nicht gedacht habe. Und es sind wirklich Menschen, wo ich weiß, dass wir bei Teamveranstaltungen, bei Workshops, bei so klassischen Teamworkshops oder Veranstaltungen oft welche sind, die, wo ich glaube, die Person, und das ist jetzt wieder auch Stereotypisierung, ja, aber tendenziell die Person, hat noch einen Kommentar hinzuzufügen. Und das war bei den Diversity-Sensibilisierungsworkshops nicht der Fall. Das war für mich die positive Überraschung, dass wirklich die Akzeptanz höher war, auch im Führungskräftekreis, als erwartet. Man soll da nicht mit einer Erwartungshaltung reingehen, aber natürlich, für mich war, mein persönlicher Wunsch war auch wirklich, da einen Nachhalt zu schaffen und dass es ihnen natürlich gefällt und dass sie rausgehen und sagen, da habe ich was mitgenommen. Und ja, am Ende war es wirklich so.